Okay, wir werden keine Schlüsselprobleme mehr in diesem Run haben. Die Frage ist nur, ob ich diesen Run schaffe oder nicht, ne? Mit den Herzen, die wir im Moment haben. Wir gucken jetzt erstmal hier rein. Greed. So. Auf den hatte ich jetzt mal wirklich so keine Lust nicht. Wow. Geht's noch? Zack. Na klasse, an die komme ich aber nicht ran. Oh, Battler. Ich glaube, ich muss meine Tour of Diamonds gleich noch benutzen. Ja, wieder so ein ekliger Raum. Kiste. Wo ist der Geheimraum? Nein? Hier vielleicht. Yes. Oh, Bob's Rotten Head. Ganz ehrlich, da nehme ich mir lieber der Game Kit mit. So, wir werden natürlich noch vorab den Rest hier komplett erkunden. Ob wir noch die ein oder andere Münze finden, denn die Tour of Diamonds, ne? Würde ich sonst ungern einsetzen, denn nicht, dass hier noch irgendwo Geld rumliegt. Böhmchen? 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 Okay, ich denke, das war dann der letzte. Äh, ja. Alles gut. Okay, und da geht's wieder nach rechts raus. Und wir könnten eigentlich noch die Kacke wegmachen. Vielleicht ist da Geld drin. Okay, einmal. Dann einmal hier rüber Und zack Ne Okay, ab zum Bettler Erstmal die Tour of Diamonds benutzen Für 48 Münze So muss das Und vielleicht ist er nett Und gibt uns ein Happy Upgrade Das würde ich jetzt brauchen Ein Herz brauche ich nicht Eine Bombe, naja Nochmal Bomben, naja Happy Upgrade Perfekt, lass mich hier mal durch Ich komm nicht durch Ich auch nicht Okay, dann geht's ab zu den zwei Bossen Mehr können wir hier nicht machen Den zweiten Geheimraum suche ich hier nicht Der könnte hier an 1, 2, 3, 4 5 6, 7, 8 9 An 9 oder 10 Stellen sein Das tue ich mir nicht an Bin eins zu weit nach links gelaufen So Wer erwartet uns denn hier? Oh, so hollow Dürfte mit dem Messer relativ angenehm sein Solange sich irgendeine Champion Form ist Nö So Und zack Shoot Speed Up Oh nö Die Carrying Queen So Gucken wir mal ob da irgendwas brauchbares dabei ist Eine Pretty Fly Error Raum Nein Und ich hätte noch so gerne hier den 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 Opfer Den Satan Raum mitgenommen Und Happy Upgrade Das nehme ich mir mit Und das Böhnchen möchte ich nicht The Devil Ein Error Error Und irgendwas habe ich da unten noch liegen gelassen glaube ich Oh ist das ärgerlich Ach ja Zwei Pillen lagen da noch Genau Oh Meine Kerze Meine Kerze Meine Kerze Spür die Power der Kerze Bei der Macht der Kerze Gemeinheit Das ist ein Robo Baby Okay Hu 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 huu Na klar Na klar Na klar Na klar Pfui Einfach nur Pfui Ganz böses Pfui Oh, das war die falsche Richtung Also der Run scheint vielleicht doch noch so eine So eine etwas gute Gute Sache mit beizuhaben Keine Ahnung Na ist aber jetzt mal gut Mit der Kacke hier Meine Herzen, sie schwinden dahin Mann, oh Mann, oh Mann Bekomme ich so ein Eis, ey Ich hasse Spinnen Wohin, wohin Erstmal um die lästigen Fliegen hier kümmern Okay Noch zweieinhalb Herzen Uncool Wow Hm Ja, ja, ja Oh nö Boah, ich hasse es Ich hasse es wirklich Noch ein Herz Wie bitte? Noch ein halbes Herz Geh weg Nein, 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 nein Ich brauche Herzen Ich brauche ganz dringend Herzen Aber woher nehmen? Ich sehe hier zwar noch zwei in den Räumen rumliegen, aber Nicht sterben No Ein halbes Wow Das rettet mir jetzt gleich nicht den Arsch Zwei Herzen Okay Und es war so klar Und ich wohl im Moment eh so schnell bin, ne? Oh Messer, triff doch mal Danke, hab hier Upgrade Bloos Weg hier Auch wenn ich noch gerne in den Opferraum gegangen wäre Aber Nö Die Tiefe Äh Uncooler Raum Uncooler Raum Absolut uncooler Raum gewesen Äh, gerne Grimme Neh, nehme ich nicht mit Herzen Da kann ich nicht rein Mann Geh mir Herzen Bringend Kein Geld Habe ich Herzen Telepulse Telepulse Hm Schlüssel Danke Sehr großzügig Sehr großzügig Okay Jetzt können wir wieder ein bisschen weiter spielen Hier Hier Wie auch immer ich das jetzt gemacht habe Ne, nicht den Tod aufnehmen Uncool Uncool Oh nice Das kann ich mir aber doch noch nicht mitnehmen Hier kommt doch Mom Ich will aber meine Kerze nicht aufgeben Ne, der Dice bleibt da Der bleibt definitiv da Oh, was mache ich denn mit dem Seelenherz Zum Schluss holen, bevor ich zum Boss gehe Ich denke mal Gott Es war ja so klar Moment Komm mal her jetzt Ich habe schon wieder so viel Herzen eingebüßt Willst du mich trollen oder wie? Ich, 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 ich habe eine Befürchtung Ich habe eine echt große Befürchtung, dass wir nicht mal bis zum Mom kommen So, nur nicht einsammeln im Moment So Ja, vielleicht finden wir noch einen Trinket oder so Wer weiß das schon? Jawohl, nee, wir können Cancer behalten Aber der nützt mir ja nichts mit dem Messer Nicht wirklich So Oder Moment Wir kommen beim Mom doch wieder raus Wir haben doch Telepills Werden wir Mom machen? Werden dann die Telepill benutzen Ich hoffe, wir kommen nicht in den Errorraum Und dann hole ich mir das weiße Herz Klingt nach einem Plan, oder? Vorausgesetzt Wie gesagt, ich komme bis zum Mom Das ist ja gar nicht mal so sicher Wenn ich mir das so angucke Wird das echt schwierig Oh, ein halbes Herz Wir sind wieder auf drei Wie mich dieser Schlüssel mal nicht interessiert Mach auf jetzt Zack Okay, Post schon mal gefunden? Sehr schön Sehr schön Möchte aber trotzdem noch den Rest hier erkunden Gibt's ja noch was Schönes Ja, es gibt hier einmal Leben zu verlieren Dankeschön Wir sind full Das ist schon mal gut Mal kurz hier Finger entspannen Dass das Rubelbaby nicht die ganze Zeit ballert So Oh, Hallöchen Na komm Gib mir ein Item HP Upgrade Perfekt So So Wollte ich das eigentlich nicht Das war das Falsche Äh Ja Das ist jetzt ärgerlich The Fool Das ist immer so gefährlich Hier rein zu laufen Okay Ab zu Mom Ich seh's eh schon kommen Dass wir ein zweites Mal in Errorraum geportet werden Aber das war nice Mal wieder da hin zu kommen Hatten wir schon lange nicht mehr Auch in den letzten Folgen Glaube ich Der letzte Staffel Samson vs. Mom So Und das mitnehmen Das mitnehmen Das mitnehmen Zack Perfekt Okay Was hätten wir denn hier noch Moment Auf alle Falle wie gesagt Das Herz mitnehmen Zack Und warte mal Das war der Tod Ne Ne Nehmen wir uns auch mit Klar Ich könnte mir jetzt auch zum Beispiel The Fool mitnehmen Aber Ich denke nicht Das ich The Fool noch brauche Hoffe ich jetzt zumindest So Einmal hier hoch Und einmal hier rein Abwärts Kein Klopapier mehr So Kurzer Cut Wie immer Böhm 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 Oh, die hatten wir noch nicht. Du, du, scheiß Ding du, Bad Trip. Ja, klar. Und ich sehe gerade, das ist Womp XA. Möchte mir nicht gefallen. Ha, ha, ha. Oh, ich habe da einen Piep gefunden. Sehr anstrengend, das Piepilein. Aber. Okay, hier ist schon mal ein falscher Weg. Dankeschön. Ich habe den Boss gefunden. So, komm her, du. Ach, dich habe ich immer so was von keine Lust. So, rein da. Oh, nein, nicht Conquest. Nein, lass das. Oh, komm da. Oh, eine absolut miesen Stelle. Oh, nein. Das Pony bleibt da. It lives. Oh, yes. Boah, dickes, fettes Laserauge. Geh doch jetzt sterben. Ey, Wahnsinn. Oh, Explosion. Aua. Oh, nur noch zwei Herzen? Wirklich? Jetzt wieder drei. Boah, was ist denn heute los? Per Mom, so viel Herzen zu verlieren? Pff. Ab in die Kathedrale mit Curse of Darkness. Oh, Gott. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Es war nicht mal schlecht. Es war nicht mal schlecht. Aber, dennoch weit gekommen. Zu Anfang bisschen wenig HP. Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas hat heute nicht gepasst. Was mir auf alle Fälle gefehlt hat in dem Run, war Geschwindigkeit. Ich war ja lahm wie eine Ente. Aber, ich hoffe natürlich, euch hat es dennoch gefallen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Binding of Isaac.